Jetzt kommt der Cobra BP-6 Silver im Einzeltest, stehend. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Also das ist bisher der Stärkste, ne? Das ist bisher der Stärkste, ne? Weißt du was, jetzt als Zugabe, weil es so geil war, The King. 2015er Charge, direkt hinterher. Wollen wir mal einen Vergleich machen, ob der auch so stark noch ist, ob der ungefähr vergleichbar ist mit dem. Der ist bestimmt richtig laut. Der drückt... Leck mich am Arsch. Was würdest du sagen, wer war stärker? Ich glaube der Letzte. Aber der andere war auch nicht schlecht, ne? Steckt noch was in der Erde? Ne, hier liegen irgendwo noch Reste. Ich finde sie jetzt gerade nicht. Siehst du sie? Auf jeden Fall... Ne, ich finde sie nicht. Auf jeden Fall richtig geil. Hier, da können wir noch sehen, das sind die Reste vom Silver BP-6 Silver. Wunderbar. Also auf jeden Fall wirklich gute Böller. Für mich ist auch noch ein paar Meter ab Bismarzt. Ja, wir Bella. Und zwar .